Der König vom grünen Gürtel ist wieder da. Als ob er nie weg gewesen war. Und er zieht seine Runden durch den Burgauerwald. Egal wie weit, egal wie kalt. Der König vom grünen Gürtel hat viel gesehen. Manchmal wünscht er, so manches wäre nie geschehen. Er ist ein Engel und auch keiner, wenn er an der Tür steht. Der letzte seiner Art auf seinem Weg. Das Leben ist ein Boxkampf. Und falls du es noch nicht kennst, dann frag mal. Hasefram. 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 Immer bleiben. Immer aufwachsen. Immer unterwegs. Das Leben ist ein Boxkampf. Und falls du es noch nicht kennst. Ja, dann frag mal. Hasefram. 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 Er bewegt sich immer noch geschmeidig. Hasefram. 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 Untertitelung des ZDF, 2020